Ich bitte das zu entschuldigen, aber technisch ist es momentan einfach nicht möglich. Probleme, Sie sehen den BMW Z4 Coupé, ein Ausritt, ein Einschlag, aber es scheint weiter zu gehen. Hier kommt das Ganze, vielen Dank an die Regie, wunderbar eingefangen. Beim Herausbeschleunigen Heck verloren und dann geht es im wilden Drift, Einschlag links hinten. Und die Radaufhängung, die sieht da auch nicht mehr so wirklich gesund aus, denn wenn man den Winkel sieht.